Hallo, mein Name ist Daniel Gropper. Ich bin 32 Jahre alt und habe vor zehn Jahren an der Hochschule Kempten Maschinenbau studiert. Heute bin ich hier bei der Firma Multiwag in Wolfert-Schwenden, also gar nicht so weit weg von der Hochschule und ich bin hier in der Grundlagenentwicklung verantwortlich für Simulation und Berechnung. Nach meinem Abschluss an der Hochschule Kempten im Maschinenbau war ich zunächst mal einige Jahre im Sondermaschinenbau tätig. Ich war hier Entwicklungsingenieur in der Konstruktion, also eigentlich ein relativ typischer Beruf für einen Maschinenbauingenieur, wo man mit 3D-Software eben Maschinen konzipiert und entwickelt. Ich wollte mich dann persönlich und auch fachlich weiterentwickeln und habe mich dann dazu entschlossen Promotionsstudium zu beginnen an der University of Southampton in Südengland. Es war auch wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit da in England, aber nachdem es bekanntlich zu Hause doch am schönsten ist, bin ich dann wieder hier zurück ins Allbeu und habe dann hier auch bei der Firma Multiwag angefangen. Zunächst war ich hier Entwicklungsingenieur für Pneumatik und Vakuumtechnik und jetzt aktuell eben hier in der zentralen Grundlagenentwicklung, wo ich Simulationsexplatte bin. Bei Multiwag ist meine Hauptaufgabe, unsere Anlagen und Prozesse virtuell nachzubilden, so eine Art digitalen Zwilling zu bilden, der dann verwendet wird, um unsere Prozesse besser zu verstehen und eventuell Optimierungspotenzial zu erkennen, das anderweitig nicht ans Licht gekommen wäre. Was denke ich sehr, sehr wichtig ist, ist schon auch, also kein Ingenieur, keine Ingenieurin arbeitet alleine. Man ist immer Teil von einem Team. Man muss seine Ergebnisse auch präsentieren und mit Kollegen diskutieren. Also eine gewisse kommunikative Kompetenz ist, denke ich, sehr wichtig. Ja, mein Arbeitsalltag findet hauptsächlich, und so wird es den meisten Maschinenbaustudenten gehen, vorm Computer statt. Es ist aber sehr abwechslungsreich und ich bin natürlich auch mal im Versuch oder in der Montage. Was mir sehr viel Freude macht bei der Arbeit ist sicherlich, wenn meine Simulationsmodelle und Berechnungen dann wirklich auch an der echten Anlage, an der realen Maschine validiert werden und neue Einblicke liefern, vielleicht auch Optimierungspotenzial auftun, das anderweitig nie ans Licht gekommen wäre. Und es ist einfach auch faszinierend, wie man selbst sehr komplexe Vorgänge, multiphysikalische Prozesse doch recht gut abbilden kann und damit auch die Realität vorhersagen kann. Ich bin mittlerweile auch selber Dozent an der Hochschule, wo ich Informatik unterrichte. Also ich denke, was mir persönlich wichtig ist bei der Betreuung von Studierenden ist, erstens mal, dass man denen immer auf Augenhöhe begegnet. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die besten Ideen meistens von Personen kommen, die in dem Thema gar nicht so tief drinstecken wie man selber. Zweitens ist es denke ich schon auch wichtig, dass man auf die individuellen Stärken des Studierenden eingeht. Vielleicht kann man auch das Projekt so ein kleines bisschen danach ausrichten, weil ich denke, es ist einfach so, dass was man gut kann, macht man auch gerne und was man gerne macht, führt meistens dann auch zu den besten Ergebnissen. Was denke ich aber am allerwichtigsten ist, ist einfach, dass man bereit ist, immer weiter zu lernen und immer wieder sich weiterzuentwickeln und sich an die neuen Themen anzupassen. dann bitte. dich oder so. 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 Ich weiß nicht einfach, dass man hierher deploye. gut.